Die Frage ist, ob man in zehn Jahren noch in der Landwirtschaft ist, tatsächlich, weil einfach die Gegebenheiten sich gerade schon sehr stark am Ändern sind. Wir sind ja noch im Bio-Betrieb zusätzlich und wir merken einfach, dass jetzt gerade die Zeit eine sehr schwierige ist. Das Kaufverhalten hat sich geändert, die Einstellung zu Lebensmitteln im Vergleich dazu hat sich aber auch geändert. Und es wird gerade nicht einfacher und ich glaube, also ich wünsche mir in zehn Jahren noch in der Landwirtschaft zu sein.